Emma Karlsson und Johanna Magnussen. Du warst die einzige Schwedische Pferde hier in den Semifinals. Jetzt bist du in den Finals hier bei Hause. Wie sehen Sie deine Leistung? Ich denke, wir sind gut im ersten Set. Dann haben wir ein bisschen verletzt. Aber dann haben wir geschafft, dass wir es in der 3. Und es war ein Relief, dass wir gewonnen haben. Es war ein sehr nahes Spiel. Wie helfen dir die spectatoren hier bei Hause? Vielleicht helfen dir so stark mental? Ja, es hilft viel zu hören. Aber wir haben viel zu kämpfen. Aber es war gut, dass wir das Spiel gewinnen. Aber auch wenn wir so nervöse waren, mit viel Druck und so. Und du bist auch der Defendingschampion von letztem Jahr. Kannst du dich auch ein bisschen pressen? Ja, das macht es. Wir sehen es erst einmal. Es macht viel Druck. Wir machen es selbst. Aber es ist gut, dass wir jetzt in der Finals sind. Und was ist dein Spielplan für morgen? Ja, wir sehen uns das nächste Spiel. Dann haben wir die Taktik morgen. Aber wir hoffen, dass wir viel besser spielen als dieser Spielplan. Und das geht. Und das ist das Zeit. Aber ja. Vielen Dank.